Mit diesem süß gemeinten Twitter-Post löste Raphael van der Vaart heute einen regelrechten Shitstorm aus. Happy Birthday, love you, schrieb er und gratulierte seiner Sabia Boularus zum 36. Geburtstag. Glücklich schmiegte sich an ihn, doch gerade gestern nach der erneuten Niederlage gegen Gladbach sind die Fans stinksauer auf den HSV-Kicker und lassen ihrem Ärger via Facebook und Twitter freien Lauf. Wie kann man als Verlierer nur so lächeln? Sorry, Raphael. Es wäre mir lieber, wenn du für den HSV nicht mehr spielst. Die Fans schieben die schlechte Leistung des Kapitäns Sabia in die Schuhe. Ich weiß nicht, was diese Frau mit dir gemacht hat. Jedenfalls geht es seitdem nur noch bergab, schreiben sie wütend. Oder ich hätte lieber ein Foto von dir bei einer Extraschicht gesehen. Vielleicht hilft da wirklich nur ein Umzug in Raphaels Heimat Holland. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.